hallo ihr lieben ich habe für euch einfache schnelle leckere vegane muffins mit erdbeer rhabarber schnell in der zubereitung und sehr lecker kommen wir direkt zu der zubereitung viel spaß beim zuschauen die genauen mengenangaben wie immer unter dem video in der beschreibung als erstes habe ich mandelmilch ihr könnt aber auch hafer soja was ihr gerade da haben nehmen dann habe ich ein wenig pflanzenöl den saft einer halben zitrone veganes vanilleextrakt nach den flüssigen zutaten kommen jetzt die festen dann habe ich hier zucker ihr könnt aber auch rohrzucker nehmen oder braunen zucker das ganze wird jetzt erst mal miteinander ein paar sekunden lang mit dem handrührgerät auf höchster stufe vermischt dann kommt mehl mit backpulver auch kurz unterheben hier habe ich erdbeeren und rhabarber in kleine stücke geschnitten das hebe ich mit dem teigschaber einmal unter der teig wird dann auf zwölf muffinförmchen verteilt meine waren jetzt etwas kleiner deshalb habe ich ein paar muffins mehr raus bekommen also wenn ihr größere habt dann passt das schon mit den zwölf muffins die werden dann im vorgeheizten backofen bei 180 grad ober und unterhitze circa 25 bis 30 minuten gebacken nach dem backen einmal auskühlen lassen und mit puderzucker bestäuben ich wünsche euch jetzt viel spaß beim nachmachen bis zum nächsten video eure rabea bye bye bis gleich bis zum nächsten video bis zum nächsten video Bis zum nächsten Mal.